Die Sommerreise der Ministerpräsidentin Den demografischen Wandel aktiv gestalten und das Leben im ländlichen Raum stärken. Mit dieser Intention bereist Ministerpräsidentin Dreyer diesen Sommer die Regionen und Städte von Rheinland-Pfalz. Durch ausgesuchte Projekte und zahlreiche kommunale Beispiele informierte sich Malu Dreyer vor Ort, wie etwa in der neu eingerichteten Kindertagesstätte in Lahnstein und führte intensive Gespräche mit den Menschen. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir so eine Anerkennung bekommen, dass sie uns besucht und sich alles nochmal anschaut, weil wir im April ja auch erst eingezogen sind und ja wirklich auch zufrieden und glücklich sind über all das Schöne, was wir bekommen haben. Dabei standen neben den demografischen Aspekten auch immer wieder aktuelle Themen, wie etwa der Umgang mit der Flüchtlingsherausforderung im Fokus der Gespräche. Zusammen mit Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig nahm die Ministerpräsidentin zahlreiche Anregungen von ihren Treffen mit den Bürgern mit für ihre tägliche politische Arbeit. Ja, Rheinland-Pfalz gilt als Vorzeigeland, gerade wenn es darum geht, wie werden Menschen alt, wie kann man gute Projekte machen mit Pflege, mit Wohnen. Ich kenne Malu Dreyer schon sehr lange und es ist ihr Verdienst schon als Gesundheits- und Sozialministerin dieses Landes, dass so viele Dinge entstanden sind, die andere noch nicht haben. Und ich finde es auch toll, dass sie als Ministerpräsidentin weiter hier einen Schwerpunkt setzt, dass sie sagt, mir ist es wichtig, dass hier jeder in meinem Land gut alt werden kann, dass niemand einsam ist und dass jeder auch die Unterstützung bekommt, die er braucht. Und besonders das ehrenamtliche Engagement beeindruckt mich hier sehr, dass Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Gerade in Rheinland-Pfalz ist Landespolitik immer auch eine Politik für die ländlichen wie für die städtischen Räume, in allen Politikbereichen und bei allen zu gestaltenden gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Sommerreise der Ministerpräsidentin